Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde, zu einer neuen Folge The Long Dark. Ich wollte Feuer machen, damit sich die Kleine ein bisschen aufwärmen kann. Wir haben einen Brandbeschleuniger, na dann nehmen wir den doch und sagen mal, na den Tinderplug muss ich da jetzt, das Firelock kommt, sie da reicht, das Firewood hebe ich mir lieber auf, als wir nochmal Fleisch finden, was wir dann machen können. Und wir können uns jetzt hier erstmal eine Runde aufwärmen, beziehungsweise was wir auch machen können. Komm, krieg mal ein bisschen weiter rein, Mädel. Ist das, dass wir jetzt, denke ich mal, glaube ich, ja, ist klar, uns mal so einen Liter Schnee aufschmelzen. Weil wir werden auch nebenbei Wasser brauchen, ist ja ganz klar, deshalb werde ich hier erstmal ein bisschen Wasser. Also, so, das haben wir jetzt. Alter. Ich hoffe mal nicht, dass der Schnee stumm draußen anbricht. So, und jetzt kochen wir das Wasser noch schnell ab, dass es für uns trinkbar ist. Weil dann ist das Wasser einfach, ja, äh, safe sozusagen. Okay, wir haben einen Liter Wasser, ich glaube, ich, na, ich glaube, halben Liter kriege ich noch hin, Schnee zu schmelzen. Dann probiere ich den auch nochmal schnell abzukochen, obwohl das dürfte wahrscheinlich... Ne, das klappt wahrscheinlich nicht mehr. Ach, ich probiere es einfach aus, vielleicht klappt es, das Ganze abzukochen. Und wenn nicht, dann haben wir halt in dem Fall Pech gehabt, dass es halt nicht funktioniert. Ganz toll, das war eigentlich sowas, was ich nicht wollte, dass wir hier oben sind und dass hier dann der muntere Schneesturm losbricht. Vor allen Dingen, so viel zu essen haben wir noch nicht dabei. Okay, Food and Drink. Dann können wir sie erst mal eine Runde was trinken lassen. Ja, und wir schlafen mal eine Stunde, vielleicht hat der Sturm bis dahin aufgehört, hoffe ich. Die Hoffnung war vergebens. Also, schauen wir nochmal, was haben wir an Essen mit dabei? Wir haben eine Candy-Buy-Candy-Box oder Beef-Jerky. Okay, wie sieht es hier aus? Okay, sie hat Hunger. Gut, ich bin jetzt mal so wahnsinnig. Ich sage, wir gucken hier jetzt mal zwei Stunden, ob wir was an Feuerholz hier finden in der Hütte, weil wir werden uns, glaube ich, die Nacht über das hier oben bequem machen müssen. Weil, ja, ich habe es vermutet, wir haben Holz gefunden, dann machen wir mal schnell eine... und probieren jetzt mal hier das Feuer zu starten. Komm, brenn, 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 Junge, geh an, 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 geh an. Weil, äh, man hat ja auch so Probleme, dass... Genau das passiert, dass das Feuer nicht angeht. Also, probieren wir es nochmal. Und zack. Komm schon, brenn, bitte. Es ist draußen schweinekalt und ich kann, wenn es brennt, wenn es nochmal ein bisschen Feuerholz nachlegen. Und, äh, ich verbrauche dann hier oben nicht so viel Kalorien. Komm, 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 komm. Ja. So, das... Das hätten wir dann schon mal. Komm, Mädel. Knie dich vor, es wird wärmer. Und ja, dann hauen wir uns nochmal was von dem Zeug, was wir gefunden haben. Ich glaube, ich fange gleich mal mit dem Beef Jerky an. Okay, super. Keine Lebensmittelvergiftung, weil das kann bei so leicht angegab... Äh, angegab... Ich weiß, dass man verlorene Sachen auch... Ja, ich könnte jetzt auch ein Pferd essen oder ein ganzes Schwein, aber am liebsten doch dann die drei halben Hühner und die halbe Scheibe Toast. So. Ja, okay. Schauen wir mal, was das gibt. Okay. Ah, super. Keine Lebensmittelvergiftung. Aber... Alter Falter. Dass wir damit die Nacht überstehen, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Auf alle Fälle, wir haben ja vorher noch ein Stück Reh gehabt. Damit bleibt das Ganze hier auch ein bisschen wärmer für drei Stunden. Das ist dann schon ganz in Ordnung. Weil das ist ja halt eine schön kalte Hütte. So, und ich sag jetzt mal, wie sieht's aus mit dem Essen? Wir haben... ...tausende und ein bisschen was. Ja. Die Granola war dry and crunchy, komm, hau weg das Zeug. Weil wir werden hier alle Energie brauchen, die wir wirklich haben, um die Nacht zu überstehen. Und dann müssen wir uns, glaube ich, dann doch das Stück Reh reinholen, was da unten irgendwo lag. Nein. Die Tab-Taste sollte man drücken. Und ja, ich möchte sie mir eigentlich aufheben. Was ist damit so, oder ach komm, es ist irgendein süßes Getränk, das wird uns nicht umbringen. So. Feels like, okay. Was uns jetzt eigentlich nur überbleibt, ist wirklich, dass wir hier jetzt probieren, eine Runde noch zu schlafen. Weil das ist hier... Ja, ist halt so, wie es ist, ne. Wir haben ja keine andere Chance als... Ja, kommt zehn Stunden Schlaf, sollten reichen. Kommt eine Ratzenrunde, sie wird wahrscheinlich viel trinken wollen danach. Und ich hoffe, wir können nur die letzten zwei Energieriegel noch reinpfeifen. Ansonsten sieht das ziemlich bitter aus. Ach, Leute. Hört mit dem Mist auf. So, yeah, 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 yeah. Du kriegst zu trinken, Mädel. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts zu trinken für dich da. Alter, die hat fast den ganzen... Okay, 900 Kalorien haben wir noch. Ja, okay, komm. Trinkt das noch und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Ja, hier zu übernachten ist nichts. Sau doofe Idee. 18 Stunden haben wir schon überlebt, aber... Wir werden uns jetzt auch wieder auf den Weg machen. Und ich werde probieren, zu den großen Mystery Lake zu kommen, um mich so weit durchzuschlagen. Ich weiß ja, wo es lang geht, aber mit so wenig Nahrung sehe ich da echt... echt ein bisschen schwarz, weil das war hier eigentlich so die einzigste Stelle, wo man noch was zu beißen kriegt. Wo man auch mal ganz ungefährlich... Na ja, was heißt ungefährlich? Ihr habt gesehen, wie es zieht, dass man da oben übernachten kann. Ähm, ansonsten, ich finde, es ist schon recht schön getroffen, es ist ziemlich kalt, es schneit und wie man sieht, es gibt verschiedene Wetterkonditionen, die man hat. Also, es kann hier alles auftreten von dem Schneesturm, den wir eben da oben hatten und man merkt, man geht ins Tal runter im Kalwitz-Wärmer. Ja, und wir können hier jetzt noch mal ein bisschen probieren, dass wir zu den großen Seen kommen. Was natürlich eine ganz schön lange Strecke ist, wenn wir hier vorher nicht irgendwo was anderes noch zu essen finden. Ja, das Problem war halt, dass wir da ganz hinten am Damm rausgekommen sind. Ja, ich weiß, kaum noch Kalorien. Ja, danke, das musst du mir nicht zeigen, Computer. Hatte ich noch zu essen, Equipment, Food & Drink, äh, komm, ja, komm, ist die Energy Bar, was anderes habe ich jetzt nicht. Und wir müssen uns mit der Energie probieren durchzuschlagen, dass wir dann soweit kommen, dass wir jetzt mal beim Holzfäller-Camp vorbei wieder zu den Schienen kommen und von den Schienen, wenn wir es denn schaffen, zum See kommen. Ah, es ist doch nicht die Möglichkeit, so eine Scheiße. Da hätten wir was zu fressen gehabt. Ich hoffe, der Wolf interessiert sich zur Zeit für das Ding da mehr als für uns. Auf so eine Begebenheit, sage ich mal so, lege ich nämlich eigentlich keinen Wert drauf, dass ich hier irgendwo... Okay, der interessiert sich wirklich mehr für das Teil da als für uns. Glück gehabt. Also Spurten soll hier nochmal Klickert hier lang und dann müssen wir uns halt den langen Weg ins Holzfäller-Camp begeben. Schade, ich hätte jetzt gerne aus dem Räder noch was rausgeschnitten, weil mit der Huntingknife geht das nämlich. Das ist nämlich das Tool, was man benutzen kann, um zu harvesten, also um zu ernten. Ja, jetzt werden wir mal probieren, dass wir hier vorankommen. Ich gucke zwischendurch immer nochmal, 1200 Kalorien haben wir. Ja, es ist scheiße kalt. Komm Mädel, lauf ein bisschen. So, ich muss mal kurz husten. Ich drehe mich mal kurz weg. So, da bin ich wieder. Ja. Das ist die andere Gegend hier. Ja, 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 ja. Hör auf, so rumzuhächeln. Du machst nur die Viecher uns auf, uns aufmerksam, Mädel. Von der Kondition, ja, ihr ist kalt. Ich sehe das schon. Dann müssen wir vielleicht im Holzfäller-Camp noch mal kurz für eine Stunde uns da aufs Ohrhorn und ratzen. Ich fände es schön, hier irgendwo ein tote Stück Fleisch zu finden. So, was haben wir da? Da ist ein Hirsch. Aber einfach wieder im Holzfäller-Camp. Mal gucken, was hier... Oh, hier ist ein Rucksack. Komm, lass was zu essen drin sein. Irgendwas zu beißen. Komm, 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 Energie. Ne, 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 ne. Okay. Ich will nicht meckern. Das ist immer noch besser als gar nichts. Ja, ja, hier ist es kalt. Kann man bei mir. Ja, 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 ja. So, hier ist es erstmal ein bisschen wärmer. Und dann gucke ich doch mal... Super, ich habe nur noch das Unsafe Water. Das ist jetzt ganz der Closing. Die Wollsacken haben wir an. Die haben wir gefunden. Das ist zwar nur 0,1 Grad, aber das ist... Ja, ich weiß, uns knurrt der Magen. Okay, weg. Ja, ihr ist kalt. Sie hat Hunger und möchte am liebsten ein ganzes Schwein fressen. Ich habe dafür Verständnis. So eine Stunde musst du aber schlafen, Mädel. Damit der Kult ein bisschen runterhängt. Damit wir uns unter der Deckewäste ein bisschen aufwärmen können. Oh, gut. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Das ist nicht viel, aber es ist immerhin ein bisschen was. So. Ich glaube, wir sind von da gekommen. Das Problem könnte eher der Hunger sein, den das Mädel jetzt hat. Ich hoffe einfach, sie klappt uns hier jetzt nicht zusammen auf dem Weg zurück. Und ich hoffe einfach, dass wir am See gleich genug zu essen finden. Dass wir hier ein bisschen Ruhe jetzt vor den Wölfen haben. Wie gesagt, ein netter Survival-Simulator. Er macht Spaß. Ist halt nur was ganz anderes, als in einer Zombie-Apokalypse zu überleben. Zum Beispiel wie in DayZ. Weil hier ist man wirklich, kommen keine Zombies, dafür hat man Wölfe. Und ich finde, das ist am realen Leben ein bisschen mehr dran. So, und dann schauen wir mal. Ich meine, Fleisch konnte ich so essen. Ich lasse das lieber, weil dann, wenn ich hier gleich Fleisch finde, mache ich es mir lieber vernünftig so. Und ich hoffe einfach mal, dass jetzt hier nicht irgendwo ein Wolf rumscheißert, weil das wäre noch ein anderes unschönes Problem. Und hier sind wir jetzt an der Train Loading Area. Aber das war doch... Ah, nein, hier ist das Tote. Und da müssen wir hin. Komm, äh, nee, komm, ich brauche ein bisschen Fleisch. So, den Rest lassen wir von dem Tierchen da liegen. Wir werden noch eine ganze Ecke jetzt vor uns haben, wo wir hin müssen. Oh, ein schöner Schatten. So, man kann bei dem Game hier auch Minus-Kalorien kriegen. Und wenn das so weitergeht... Ja, sie friert sich schon wieder im allerwärmsten Sinne des Wortes den Hintern ab. Aber wir müssen hier noch ein gutes Stück weiter. So cold. So cold. Na ja, Mädel, ich weiß, dass es schweinekalt hier draußen ist. Okay, dass wir ihren Magen da geknurrt haben, so fressen haben wir auch nichts mehr. Aber wir kommen hier hinten jetzt schon langsam an die Eisenbahnstrecke ran und ich sehe hier keinen Wolf. Das könnte ein echter Glücksgriff für uns sein. Und da liegt das nächste tote Tier, aber ohne... Ich glaube, Energie wird das nicht viel, aber vielleicht finden wir hier was zu essen. Zumindest... Ich habe den Wolf wohl hören, das gefällt mir gar nicht. Ja, okay, ja, 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 komm, 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 komm. Das, was mich primär interessiert, ich brauche, ich brauche was zu essen, kein Scrap Metal. Pankillers, äh, ich glaube, die Pankillers helfen auch nicht wirklich. Ja, toll, Munition. Äh, wenn das so weitergeht... Wir scheinen Glück zu haben. Wir scheinen wirklich Schwein zu haben. Freezy und Hungry, ja, 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 das können... Dem beiden können wir gleich abhelfen, sobald wir da die eine Hütte gefunden haben. Weil dann schmeiße ich gleich erstmal das Fleisch für das gute Mädel rein. Und ob wir die Hütte finden, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Okay, bis dann, geht von Gaming, euer Doktor.